Irgendwann sind dann auch die Pferde mit uns durchgegangen. Ja, dann haben wir also wirklich, ja wie soll ich sagen, also deswegen waren wir auch bei den Zuschauern glaube ich auch so beliebt, weil wir auch wirklich manchmal über die Stränge gehauen haben. Auch nachdem wir schon eins draufgesetzt haben, noch eins draufsetzen. Damals hatten wir einen Werbekunden und zwar die Firma Barberts. Ja, die hatten Brillen zu verkaufen und unser Klaus Dieter, der war natürlich quasi blind. Und somit haben wir für die Firma Barberts dann ein paar Spots produziert und jedes Mal, wie gesagt, haben wir auch noch einen draufgelegt. Also das fing irgendwie alles ganz harmlos an und endete dann im wahnsinnigen Chaos. Moin Frau Altmanns, endlich ist die Waschbecken geliefert worden. Das wollen wir jetzt mal anbringen. Und die Kran, die hat wieder oben liegt am Morgen. Dann kommt man rein, Jungs. Pass auf, siehst du die Gasleitung denn nicht? Was für Gasleitung denn? Ja, siehst du die denn nicht? Nee, sag ich nicht. So ein Fiederbauch. Ich hab dich nicht, guck dir mal einen Brillen. Ja, das ist echt so was. Brillen findet man bei Barberts, in Wilhelmshaven, Jever und in Wiesmoor. So, ich geh jetzt nur mal auf Toilette und du fährst mir hier nichts an, bevor du dir eine richtige Brille gekauft hast. Vor der Radautor oder weg, ich muck wieder. Nichts antworten, was Johann immer hätte jöseln. Ich kann kieken, das ist ein Uhu. Hä, was stummt du da denn hinweg? Du Patschack, nun kauf dir eigentlich eine richtige Brille. Ja, da hast du recht. Ich muss mir wirklich nur eine Brille kaufen. Brillen findet man bei Barberts, in Wilhelmshaven, Jever und in Wiesmoor. So, Herr Jansen, wir würden nun eben das Abflussrohr verlegen. In kleinen Minuten können sie via Plo go. Hast du dir eigentlich eine Brille gekauft? Nee, ich muss mich ganz gut gucken, du. Ich kann nur ein von mir glauben. Pass auf, dein Wasserrohr, siehst du da? Was für ein Worterrohr, hey, Bart, ich seh doch nichts. Wo sitzt du denn, Bart? Was hast du denn da, Herr Mott? Voll oben schief. Mensch, Klaus Dieter, nun guckt ihr mal einen anstrengenden Brill. Ja, das ist echt so, Bart. Brillen findet man bei Barberts, in Wilhelmshaven, Jever und in Wiesmoor.